Was willst du? Ich hätte eine Bitte, Herr Vater. Ja? Ich habe ihn gefunden. Er hat sich wehgetan. Und? Darf ich ihn behalten? Wie willst du denn das machen? Wir machen ihn wieder gesund. Und wenn er wieder gesund ist? Was? Glaubst du nicht, dass er dir dann ans Herz gewachsen sein wird? Willst du ihn dann wieder freilassen? Der Pieps ist auch immer im Käfig. Ja, aber der ist in Gefangenschaft aufgewachsen. Dieser ist an die Freiheit gewöhnt. Willst du ihn freilassen, wenn er wieder gesund ist? Hast du die Mama schon gefragt? Ja. Und? Was sagt sie? Sie sagt, der Herr Vater soll entscheiden. So. Sagt sie das. Und du willst ihn wirklich pflegen? Ja. Das ist eine schwere Verantwortung. Das weißt du doch nicht, wa? Du bist dann Vater und Mutter für ihn. Dann werden wir deinem Patienten wohl einen Käfig suchen müssen. Untertitelung. Okay.